ja hallo alle zusammen heute möchte ich euch eine extrem untypische stelle eigentlich für den kleinen schillerfalter vorstellen auch wenn die stelle untypisch ist denke ich kann ich trotzdem ein bisschen was dazu erklären und ich werde dann auf jeden fall wenn ich wieder eine typische stelle gefunden habe auch im video dazu nachreichen grundlegend erstmal der kleine schillerfalter abatura ilia ist ja ich würde sagen einer mit unserer schönsten tagfalterarten hier in deutschland und ist auch in den meisten bundesländern eigentlich vom aussterben bedroht oder stark gefährdet die falter fliegen im sommer leider nur sehr hoch in den in den baumregionen das heißt sie werden eigentlich kaum wahrgenommen da sie nie auf den boden kommen und man daher den eindruck bekommt dass die art noch seltener ist als sie denn tatsächlich auch wirklich schon ist daher empfehle ich immer wieder im winter jetzt zu suchen nach den rauben und worauf man acht geben sollte das werde ich euch jetzt mal kurz erklären generell zur umgebung erst einmal der kleine schillerfalter ist eine waldart wie eigentlich alle schillerfalter oder auch eisvogelarten das heißt sie sind angewiesen auf größere waldvorkommen oder gehölzer jetzt wenn wir uns hier umschauen sehen wir schon ich bin innerhalb hier oben kommt ein relativ großer wald wir haben hier so ein kleines gewässer und was man erkennen kann ist dass es eine beschattete seite ist das ist schon mal das erste untypische für den für den kleinen schillerfalter generell kommt der kleine schillerfalter eigentlich eher an ja an sehr besonderen gebieten vor das heißt es können waldränder sein die gegen süden zeigen wo wo stärker sonneneinfall ist ist allerdings nicht zwingend wie man jetzt hier erkennen kann grundlegend sollte auch trotzdem trotz der sonneneinstrahlung auch in luftfeuchtigkeit vorhanden sein das erkennt man jetzt hier das ist eigentlich relativ typisch auch an dem gewässer hier unten im graben geht ein kleiner bach entlang extra noch das heißt wir haben hier den luftfeuchten standort was doch recht typisch ist allerdings fehlt hier eindeutig die besonnung die wir die die sonneneinstrahlung genau die futterpflanze von vom kleinen schillerfalter stellen pappeln da das sind meiner erfahrung nach eigentlich vor allem zitterpappeln also espen und wir sehen hier schon eine im gebiet oder im bild das sind diese ganz hellen ganz hellen esse die erkennt man auf dem satellitenbild auch meist schon recht gut das heißt man kann sind per google maps beispielsweise nach potenziellen fundorten ausschau halten genau gehen wir ein bisschen näher ran der der kleine schillerfalter bevorzugt bäume jeglicher altersklasse würde ich sagen es kommt eben darauf an auf welcher höhe man suchen kann im endeffekt und da man meist nur die unteren erste erreicht findet man auch die rauben relativ häufig nur in 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 den niedrigeren regionen genau prinzipiell was man worauf man bei der suche achten sollte der kleine schillerfall und man sieht hier schon ein ein blatt hängen da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut ob da eine raube sein könnte ich gehe stark davon aus da würde eine raube sitzen aber das ist eigentlich so das typische das typische zeichen für schillerfalter das beim großen schillerfalter auch so ich werde dann vielleicht die verlinkung zum großen schillerfalter noch mal mit ans video unten ranhängen sobald ich das hochgeladen habe man erkennt schillerfalter eigentlich perfekt daran dass sie sich ein sogenanntes sitzblatt fest spinnen und das ist das was ihr im bild gerade seht das heißt es ist ein blatt hier seht ihr auch schön die frau spur sogar also das sieht sehr gut nach nach kleinem schillerfalter aus und so kann man schon von weiden eigentlich als laie auch relativ gut die art nachweisen und zwar stellt man sich einfach unter einen baum wie jetzt ich hier zum beispiel so dass man in den himmel schaut und wackelt am baum und das blatt was da noch dran hängt das wackelt dann schön hin und her und daran erkennt man im endeffekt dass die raube sich ein blatt künstlicherweise festgesponnen hat und normalerweise eigentlich jetzt um diese jahrszeit meistens keine blätter mehr hängen sollten genau dann schauen wir uns die äste mal an ich hole mir hier mal ein ast runter und typisch typisch bei dem kleinen schillerfalter ist normalerweise dass sie nur an den endknospen sitzen also beim kleinen schillerfalter wirklich sind es meist die eher abstehenden äste die ins gebiet ragen und dann schaut ihr euch normalerweise nur diese diese letzten knospen an das wäre jetzt typisch wenn diese raube direkt an der knospe sitzen würde also nicht so wie beim großen schillerfalter wo die raube irgendwo am stamm am ast sitzt sondern wirklich direkt an der knospe jeweils und jetzt haben wir hier ein beispiel wie schon gesagt sehr untypisch hier sitzt die raube tatsächlich genau am stamm also rein nach dem optischen eindruck her würde ich hier direkt sagen das ist ein großer schillerfalter da die raube genauso aussieht eigentlich oder ähnlich allerdings anhand der futterpflanze würde ich eigentlich eindeutig sagen dass es ein kleiner schillerfalter ist weil der große schillerfalter nur weiden frisst genau also ich denke ihr seht sie schon alle oder hier direkt an dieser knospe kann man die raube erkennen und normalerweise ist diese raube eben direkt an diese knospen angeschmiegt die abstehen also die letzte knospe am ast meistens daher ist bei der suche eigentlich auch einfach ja es ist einfach zu suchen da man sich immer nur die endknospen angucken sollte und das ist auch deutlich deutlich zu empfehlen ich würde jetzt nicht empfehlen die äste euch anzuschauen es sei denn schaut nach dem großen eisvogel aber für den kleinen schillerfalter würde ich wirklich nur die die endknospen empfehlen wie gesagt das ist ein untypischer fall und ja genau soviel dazu also noch mal kurz zusammengefasst wir haben waldgebiete bestenfalls in denen wir suchen müssen wir müssen ausschau halten nach besonnen gebieten da wo die sonne gut hinkommt also alles das was ihr jetzt hier quasi nicht sehen könnt aber stellt euch einfach vor das wäre hier ein sehr besonderes gebiet bestenfalls ein bisschen luftfeucht trotzdem und genau dann schau dir haltet ihr ausschau nach diesen weißen weißen stämmen oder silbernen stämmen der zitterpappel dort wiederum an den eher abstehenden ästen suchen und genau dann die endknospen kontrollieren das geht bestenfalls also der kleine schillerfalter ist noch einfacher nachzuweisen im herbst da mein eindruck nach die die sitzblätter relativ leicht abfallen also sich beim bei windstoß lösen daher bestenfalls im herbst danach suchen kann ich aber auch noch mal im video nachreichen dann nächsten herbst und ich schaue für euch jetzt mal da oben noch mal dieses blatt an versuchen ob ich herankommen dann kann ich vielleicht noch mal video nachreichen wenn es denn tatsächlich eine schillerfalterraube noch irgendwo in der nähe sein sollte ansonsten wenn nicht lasse ich das mal so jetzt für euch als als schönes muster nach solchen blättern müsstet ihr ausschau halten genau also noch mal ein kurzer nachtrag jetzt leider erreiche ich das blatt nicht es ist einfach zu hoch am baum ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher dass die raube in der nähe sein müsste leider kann ich euch nicht zeigen darum möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen was denn wäre wenn ich das blatt jetzt gefunden hätte oder ja wenn ich herangekommen wäre und zwar ganz ganz einfach nehmen wir mal an an diesem ast wäre ebenso im blatt irgendwo hängend dann suche ich wenn jetzt hier das blatt hängen würde suche ich einfach die nächsten knospen in der umgebung ab bestenfalls wie gesagt die endknospe das wäre so die vorgehensweise also wenn man so ein blatt findet dann ist die raube meistens nicht weit und innerhalb von oder am selben ast entweder oder auch am nachbar ist sollte dann eigentlich die raube anzutreffen sein das heißt wenn man so ein blatt findet muss man nicht den ganzen baum absuchen sondern das reicht normalerweise aus wenn man denselben ast absucht oder den ast der der anschließt ich hoffe ich kann euch irgendwann demnächst noch mal ein beispiel nachreichen wo ich euch das zeigen kann in dem fall müssen wir uns jetzt mit dem einzelnen blatt begnügen so